Dieser Schrank wurde innerhalb von einer Stunde aufgebaut und das Ganze eigentlich nur mit einem Gummihammer. Ich spreche von einem System von Ikea, was wirklich nichts anderes braucht, außer ein Cuttermesser, um die Kartons zu öffnen und einen Gummihammer, damit es noch besser wird. Das System heißt Platzer und ich bin absoluter Fan davon. Es ist wirklich genial. Du steckst die Sachen im Prinzip nur ineinander und die verkanten sich dann ineinander. So, also du steckst die Seiten da rein. Ja, du siehst dann auch ganz genau, welche Seite wohin muss. Dann nimmst du noch deinen Gummihammer, haust da ein paar Mal drauf, könntest du wahrscheinlich auch einfach so runterdrücken. Und dann siehst du, dass sich in der Ecke dort das so verkantet hat, dass das auch nicht rauskommt. Aber du kannst es wieder lösen, wenn du von der anderen Seite drauf haust. Ja, und das machst du dann reihum. Nichts anderes, das sind vier Schritte und das ist mega gut. Ich würde, wie gesagt, Gummihammer würde ich noch empfehlen, weil das ist einfach spannend. Es ist einfach wirklich, wirklich richtig drin. Und selbst wenn du das zusammen machst, machst du die eine Seite rein, die andere Seite, drückst ein bisschen runter. Dann ist es eigentlich schon fest. Haust du noch mal ein bisschen drauf, weil jeder Mann braucht einen Hammer. Selbst die Rückwand. Könnt ihr euch erinnern, wie ihr mal tausend Nägel da hinten reingeballert habt? Das ist alles passé. Es ist alles vorgedrillt. Das ist für die Wandhalterung. Steckst du da einfach nur rein, schraubst das Teil da noch drauf und dann hast du einen perfekten Abstand zur Wand. Braucht von innen nachher nur noch eine Schraube reinjagen oder wie euer Wandaufbau halt ist. Und dann gibt es diese Dübel, die ersetzen im Prinzip das komplette Gehämmere. Du steckst das Ding einfach rein, kannst tatsächlich auch mit dem Daumen runterdrücken und dann diesen Stift kommt einfach rein und den kannst du wieder auch reindrücken. Und dann ist es bombenfest. Zugegebenermaßen, das zu lösen ist ein bisschen tricky, aber damals mit den Nägeln war das auch bescheuert. So sieht das Ganze dann nachher aus und es ist bombenfest. Und jetzt gibt es noch ein cooles Feature und zwar, wenn du die übereinander stapelst, dann willst du die ja auch bombenfest bekommen. Da musst du keine Schrauben durchjagen, sondern hier kommt ein Gewinde rein, zugegebenermaßen. Dafür braucht man einen Schraubenzieher. Also sobald du welche verbinden musst, hast du tatsächlich ein Werkzeug. Schraubst du ein Gewinde rein auf allen vier Seiten oder wo du halt Bock hast und dann schlussendlich, ja zweite Seite auch noch für den guten Effekt. Wird einfach easy reingedreht, kann man auch mit dem Schraubenzieher machen. Und dann jagst du von unten einfach da eine Schraube rein. Die ist alles mitgeliefert übrigens. So, ist ein bisschen fummelig. Und dann merkst du schon, dass die irgendwo hängt und dort dann drillst du die wieder rein und das Ding ist bombenfest. Und vor allem, du hast eine schön glatte Oberfläche und das stört überhaupt nicht, wenn du da jetzt noch Türen einsetzt und Scharniere und so weiter. Stört überhaupt nicht und das machst du einfach viermal und das Ding sitzt einfach bombenfest übereinander. Und für die Seiten gibt es natürlich diese bekannten Metallteile. Die stülpst du einfach da drauf und dann ist das Ding bombenfest. Jetzt kannst du natürlich noch Türen dran bauen oder Schubladen einbauen oder was auch immer. Das ist dann Standard-IKEA-Technik. Aber ich finde es mega gut, wie schnell man das bauen kann und wie einfach das geht. Ich finde, dieses Platzer ist einfach tatsächlich die Zukunft, weil es ist deutlich einfacher für jeden easy zu bauen. Das repetitiert sich, ist immer das Gleiche. Deswegen Daumen hoch für das System. Ich wurde übrigens nicht gesponsert für das Video. Ich finde einfach dieses System extrem gut und man sollte sich immer überlegen, wenn man einen Schrank braucht. Oder man sollte sich immer zuerst dieses System angucken, weil es ist einfach das Beste von IKEA. Ist so. Damit verbleibt mir nur, euch einen schönen Tag zu wünschen. Und wenn ihr mehr von diesen Videos haben wollt, unten in der Video-Info findet ihr noch ganz viele Playlisten. Und viel Spaß bei IKEA Platzer und nochmal Hashtag keine Werbung.